Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 70 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1495 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.